Eurowings 8051, Kontakt Bremenradar 123, Decimal 225. Anflug auf Flughafen Berlin-Brandenburg, alles noch eine Simulation. Aber Birthe Cordua und ihre Fluglotsenkollegen trainieren für den Umstieg auf das neue Flugsicherungssystem ICAS. 2028 soll es an den Start gehen. Alle sind hier hoch motiviert. Unser Produkt ist ja Sicherheit und das ist natürlich eine Sache. Dafür muss man auch irgendwo stehen und dafür begeistert sein, das zu verkaufen und darzustellen. Den Himmel sehen die Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung, DFS, nicht von ihrem Arbeitsplatz. Dafür aber jeden Jet im unteren Flugraum über Nord- und Ostdeutschland. Die Kontrollzentrale in Bremen besteht seit 50 Jahren. Unsere Fluglotsinnen und Fluglotsen sind 24 Stunden, 7 Tage in der Woche da für diejenigen, die im Flugzeug sitzen, beziehungsweise die fliegen wollen. Und wir führen den Luftverkehr über Deutschland, nach Deutschland hinein, Ostdeutschland heraus und sind die Stillenhelfer im Hintergrund. Mit einem Festakt wird heute das Jubiläum gefeiert. Auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte lässt sich die Arbeit der Fluglotsen erklären. Bremen als Hochburg der Luft- und Raumfahrt und die DFS, das passt, sagt der Landeschef. 500 Beschäftigte, das ist eine Nummer. Damit gehört DFS zu den größeren Arbeitgebern in Bremen. Und was ich ganz besonders klasse finde, erstens das Durchschnittsalter ist relativ gering. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, wir haben hier auch 60 Auszubildende im Moment. Das heißt, hier wird aktive Zukunftssicherung betrieben. Und das zeigt, es geht jetzt nicht nur ums Hier und Jetzt, sondern es geht auch um die Zukunft. Vier internationale Flughäfen liegen im Verantwortungsbereich der Bremer. Dazu 14 Regionalflughäfen und elf Luftwaffenstützpunkte. Bis zu 1800 Flüge am Tag müssen koordiniert werden. Die Auswahlkriterien sind hart, um Fluglotsen zu werden. Er entscheidet letztendlich über die Flugführung. Und dafür braucht er ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, ein hohes Maß aber auch an Teamfähigkeit, an Reaktionsfähigkeit, aber auch an Mehrfachbelastung. Bremen Radar hat alles auf den Schirm. Die Helfer der DFS sorgen für Sicherheit in der Luft. Ausladen, 39860, Centro 3000, 4-Ton, left heading 360. Overwings, 8051, reduced speed, 220, not so less.